Heinrich Theodor Böll gilt als einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit. Im Jahr 1972 erhielt er den Nobelpreis für Literatur, mit welchem seine literarische Arbeit gewürdigt wurde, die durch ihren zeitgeschichtlichen Weitblick in Verbindung mit ihrer von sensiblem Einfühlungsvermögen geprägten Darstellungskunst erneuernd im Bereich der deutschen Literatur gewirkt hat. In seinen Romanen, Kurzgeschichten, Hörspielen und zahlreichen politischen Essays setzte er sich kritisch mit der jungen Bundesrepublik auseinander. Darüber hinaus arbeitete er als Übersetzer englischsprachiger Werke ins Deutsche und Herausgeber. Leben Heinrich Böll wurde in der Kölner Südstadt geboren. Seine Eltern waren der Schreiner Viktor Böll und seine Frau Maria. Heinrich war das achte Kind und der dritte Sohn seines Vaters, Maria war dessen zweite Frau. In der kleinbürgerlichen Familie Böll waren der katholische Glaube und die Ablehnung des Nationalsozialismus selbstverständlich. Böll besuchte von 1924 bis 1928 die katholische Volksschule Radertal und wechselte danach auf das staatliche humanistische Kaiser-Wilhelm-Gymnasium. Nach dem Abitur im Jahr 1937 begann er eine Buchhändlerlehre in der Buchhandlung Meth Lempertz in Bonn, die er bereits nach elf Monaten wieder abbrach. In diese Zeit fallen auch seine ersten schriftstellerischen Versuche. Im November 1938 wurde Heinrich Böll zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Am 9. Oktober 1938 nahm er an einem Einkehrtag für einrückende Rekrutenteil, den er 1958 im Brief an einen jungen Katholiken eingehen schildert. Mit dem Sommersemester 1939 nahm er an der Universität zu Köln ein Studium der Germanistik und der klassischen Philologie auf. Doch schon im Spätsommer wurde er in die Wehrmacht einberufen. Er blieb Soldat, bis er im April 1945 in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, aus der er im September entlassen wurde. Während eines Fronturlaubs 1942 heiratete Böll Anu Moritzech, die er bereits seit längerem gekannt hatte. Ihr erster Sohn Christoph starb noch in seinem Geburtsjahr 1945. Die Söhne Raimund, René und Vincent kamen 1947, 1948 und 1950 zur Welt. Während des Zweiten Weltkriegs bat er seine Eltern mehrfach in Briefen von der Front, ihm Pervitin zu schicken. Das zu Beginn des Krieges in großem Umfang an Soldaten verteilt wurde. Auch nach dem Krieg soll er zeitweise davon abhängig geblieben sein. Im Krieg hatte Böll hauptsächlich Briefe geschrieben. Nach Kriegsende nahm er jedoch das belletristische Schreiben wieder auf. Daneben übte er verschiedene Gelegenheitsjobs aus. Er ließ sich ebenfalls wieder an der Universität immatrikulieren, jedoch hauptsächlich wegen der Lebensmittelkartenzuteilung. In dieser Zeit ernährte vor allem seine Frau durch ihr regelmäßiges Einkommen als Lehrerin die Familie. Unter dem Titel Kreuz ohne Liebe entstand ab Juli 1946 der erste Nachkriegsroman. Bölls erste Kurzgeschichten erschienen 1947 in Zeitschriften. Sie können als Nachkriegsliteratur bzw. als Kriegstrümmer- und Heimkehrerliteratur bezeichnet werden. Zentrale Themen sind die Erfahrung des Krieges und gesellschaftliche Fehlentwicklungen der Nachkriegszeit in Deutschland. Einige der besten Kurzgeschichten erschienen 1950 in dem Sammelband Wanderer, kommst du nach Spa, der Böllsruhm als Kurzgeschichtenautor begründete. Weitere Kurzgeschichten aus den ersten Nachkriegsjahren wurden allerdings z.T. in bearbeiteter Form in dem Sammelband Die Verwundung publiziert. 1949 erschien als erste selbstständige Buchveröffentlichung Die Kriegserzählung der Zug war pünktlich die ins Französische übersetzt. 1953 auch in Jean-Paul Sartre Zeitschrift Les Temps Modernes veröffentlicht wurde. Wichtige Quelle für diese Zeit ist der posthum veröffentlichte Briefwechsel mit seinem engen Freund, dem Schriftsteller und Drehbuchautor Ernst Adolf Kunst, den er in der Kriegsgefangenschaft in Frankreich kennengelernt hatte. Zu einem ersten großen Erfolg für Heinrich Böll wurde sein Debüt bei der Gruppe 47 im Mai 1951. Zwar hatte Böll zu diesem Zeitpunkt bereits einige Werke veröffentlicht. Diese waren allerdings noch nicht auf große Resonanz gestoßen. Die Einladung zur siebten Tagung der Gruppe 47 in Bad Dürkheim kam auf Vorschlag Alfred Anders zustande. Böll lasst die Satire die schwarzen Schafe und gewann, wenn auch in einer knappen Entscheidung gegen Melodor, bei seinem ersten Auftritt den Preis. Der Gruppe 47 Er hielt ein Preisgeld von 1000 Deutsche Mark und in der Folge einen Autorenvertrag bei Kiepenheuer und Witsch. Die anschließenden Jahre bildeten die schöpferischte Phase im Leben Heinrich Bölls. Dies beweisen die vielen Werke, die er hervorbrachte, unter anderem »Wo warst du, Adam?« und sagte kein einziges Wort, »Haus ohne Hüter«, »Irisches Tagebuch«, »Dr. Morkes«, »Gesammeltes Schweigen« und andere Satiren, »Billard um halb zehn«, »Ansichten eines Clowns« und »Erende einer Dienstfahrt«. Seit dem Jahr 1954 verbrachte der Autor seine Sommerferien gerne auf Achel-Island im Westen Irlands. In der Ära Adenauer nahm Böll eine Gegenposition zum restaurativen Seitgeist ein und galt auch in der Folgezeit als Protagonist der deutschen, linksintellektuellen. Von 1970 bis 1972 war er Vorsitzender des Deutschen, von 1971 bis 1974 auch Präsident des internationalen Penclubs. Der 1971 erschienene Roman Gruppenbild mit Dame stellt zweifellos den Höhepunkt in Bölls literarischem Schaffen dar. Er ergreift in diesem Werk »Partei für die Abfälligen« der Gesellschaft, für Außenseiter und Leistungsverweigerer. Der Roman wurde zum Bestseller und trug maßgeblich zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Böll im Dezember 1972 bei. In diesem Jahr 1972 sorgte Böll für einen innenpolitischen Skandal. Als er sich in einem Essay für den Spiegel unter dem Titel »Will Ulrike Gnade oder freies Geleit« mit der Person und dem Werdegang der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof beschäftigte und die Berichterstattung der Springerpresse scharf angriff. Der Titel war vom Spiegel gegen Bölls Willen verändert worden. Die durch die Nennung des Vornamens suggerierte Vertrautheit des Autors mit Meinhof entsprach weder Bölls Intention noch dem Inhalt des Textes. In konservativen Kreisen galt er seitdem als geistiger Sympathisant des Terrorismus, worunter Heinrich Böll litt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Friedrich Vogel sprach damals von den Bölls und Brückners als intellektuellen Helfers-Helfern des Terrors. Da die Behörden es nicht für ausgeschlossen hielten, dass gesuchte RAF-Mitglieder bei ihm unter Schlupf finden könnten, wurde bei ihm am 1. Juni 1972 in Langenbruch eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Worüber er sich fünf Tage später schriftlich bei Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher beschwerte. Die genauen Umstände dieser Aktion, insbesondere die Zahl der eingesetzten Beamten, sind umstritten. Während Böll selbst von bis zu 20 Polizisten ausging, behauptete der damalige Einsatzleiter Helmut Konrads. Nur er selbst und ein Kollege vom Landeskriminalamt hätten Böll einen Besuch abgestattet. Robert Spemann, der sich an diesem Tag im Haus von Böll aufhielt, bestätigte jedoch, mehrere schwer bewaffnete Polizisten gesehen zu haben. 1974 erschien Bölls bis heute wohl bekanntestes Werk »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«, das einen Beitrag zur Gewaltdebatte der 1970er Jahre darstellt und sich besonders kritisch mit der Springerpresse auseinandersetzt. Die Erzählung wurde in über 30 Sprachen übersetzt, verfilmt und bis 2007 allein in Deutschland fast sechs Millionen Mal verkauft. Das Buch wurde aus konservativen Kreisen ebenfalls massiv kritisiert und in völligem Widerspruch zu seiner Kernaussage vielfach als Rechtfertigung von terroristischer Gewalt dargestellt, unter anderem vom späteren Bundespräsidenten Karl Carstens. In den folgenden Jahren beschäftigte sich Heinrich Böll zunehmend mit den politischen Problemen seiner Heimat und anderer Länder wie Polen oder der Sowjetunion und setzte sich sehr kritisch mit ihnen auseinander. Die sowjetischen Dissidenten Alexander Solzsch, Nitzin und Lev Kupelow waren Gäste in seinem Haus. In dieser Zeit befasste er sich auch mit mehreren Konflikten in Südamerika. Er versuchte mit den entsprechenden Parteien zu reden, so zum Beispiel mit einer bolivianischen Frauendelegation in Bolivien, um die Probleme vor Ort zu lösen. In dieser Zeit erkrankte Heinrich Böll in Äquador infolge seines starken Tabakkonsums an einem Gefäßleiden im rechten Bein, weswegen er sich dort und später auch in Deutschland Operationen unterziehen musste. Ende der 70er Jahre unterstützte er Rupert Neudeck in dessen Engagement für die vietnamesischen Boot People, aus dem später die Hilfsorganisation Cap Anamor Deutsche Notärzte hervorging. Er setzte sich auch kritisch mit der katholischen Kirche auseinander und trat 1976 demonstrativ aus ihr aus, ohne deswegen jedoch vom Glauben abgefallen zu sein. Böll unterstützte die gegen die NATO-Nachrüstung gerichtete Friedensbewegung und nahm 1983 an einer Blockade des Raketenstützpunktes auf der Mutlanger Heide teil. Der 1979 veröffentlichte Roman für sorgliche Belagerung entstand vor dem Hintergrund des sogenannten Deutschen Herbstes und verarbeitet eigene Erfahrungen des Autors, der wiederholt als Terroristen-Sympathisant verleumdet wurde und polizeiliche Maßnahmen zu erdulden hatte. Anfang Juli 1985 wurde Böll in ein Krankenhaus in Köln gebracht, um eine weitere Operation vornehmen zu lassen. Nach dieser Operation am 15. Juli kehrte er in sein Haus nach Langenbruch in die Vorreifel zurück. Hier starb er am Morgen des 16. Juli. Drei Tage später wurde er in Merten in der Nähe von Köln unter großer Anteilnahme der Bevölkerung durch einen mit der Familie befreundeten Priester nach katholischem Ritus beerdigt. Das kolportierte Gericht Böll sei vor seinem Tod wieder der Kirche beigetreten, entspricht nicht den Tatsachen. Bei der Beerdigung waren viele Kollegen und Politiker anwesend. Auch der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker nahm an der Trauerfeier teil. Ein Zeichen des damals enorm großen öffentlichen Interesses an der Person Bölls. Nachwirkung erst posthum wurde im Jahre 1992 Bölls erster. In der Nachkriegszeit spielender Roman Der Engel schwieg von dem Wuppertaler Literaturwissenschaftler Werner Bellmann herausgegeben, der das Werk auch um ein erläuterndes Nachwort ergänzt hat. Das ab 1949 entstandene, 1951 vom Verlag Friedrich Middelhauwe abgelehnte Manuskript vermochte der Autor seiner Zeit lediglich in Teilen bzw. kapitelweise in Form von Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Bislang gänzlich unveröffentlichte Erzähltexte sind 1995 unter dem Titel Der blasse Hund mit einem Nachwort von Heinrich Formweg erschienen. In dieser Sammlung ist auch ein Text aus der Vorkriegszeit enthalten. Bölls erster in der Nachkriegszeit entstandene Roman Kreuz ohne Liebe wurde 2002 im Rahmen der Kölner Böll-Ausgabe publiziert. Die Romanhandlung ist in der Zeit des Nationalsozialismus angesiedelt, teils vor, teils in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. 2004 wurde in der Kölner Böll-Ausgabe auch der in der Vorkriegszeit entstandene Roman am Rande der Kirche vorgelegt. Der Bölls vehemente Auseinandersetzung mit der katholischen Amtskirche und dem bürgerlichen Katholizismus antizipiert, die sich später in Romanen wie Der Engel schwieg und sagte kein einziges Wort und Ansichten eines Clowns manifestiert hat. Mehrere Institutionen tragen den Namen des Schriftstellers, so die der Partei der Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung und das Heinrich-Böll-Archiv, eine Dokumentations- und Informationsstelle über sein Leben und Werk. Bölls Ferienhaus auf Achel-Island und sein Haus in Langenbruch dienen als Böll-Kottage und Heinrich-Böll-Haus-Stipendiaten als vorübergehende Bleibe. Auch zahlreiche Schulen wurden nach dem Dichter benannt. Von der Stadt Köln wird seit 1985 der Heinrich-Böll-Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der deutschsprachigen Literatur vergeben. Auszeichnungen und Ehrungen 1951 Literaturpreis der Gruppe 47 für die Schwarzen Schafe 1953 Deutscher Kritikerpreis 1953 Förderpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI-EV 1958 Eduard von der Heid Kulturpreis der Stadt Wuppertal 1967 Georg Büchner-Preis für das schriftstellerische Gesamtwerk 1972 Nobelpreis für Literatur 1974 Karl von Osjetski-Medaille 1974 Mitglied der American Academy of Arts and Letters 1975 Mitglied der Akademie der Künste 1982 Ehrenbürger der Stadt Köln 1984 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences Professorin Titel des Landes Nordrhein-Westfalen 2010 Ehrenbürger der Stadt Bornheim Postum verliehen anlässlich seines 25. Todestages 2015 Dankbarkeitsmedaille des Europäischen Zentrums der Solidanusk Postum verliehen für seine Unterstützung der Solidanusk-Bewegung im Kampf für Freiheit und Demokratie Urteile über Heinrich Böll Wenn mich künftig einer fragt, was denn die Deutschen heute an Büchern von wirklicher Kraft und Wahrhaftigkeit vorzuweisen hätten, werde ich den Böll nennen, Karl Korn, 1953 nach dem Erscheinen des Romans und sagte kein einziges Wort. Nicht die 30-jährigen Frühvollendeten, nicht die Bachmann, nicht Enzensberger und auch nicht Gras Sondern der bald 50-jährige Böll steht repräsentativ für die deutsche Nachkriegsliteratur Er ist ihr Klassiker, Karl-Heinz Bohrer, 1967 nach der Verleihung des Büchnerpreises an Heinrich Böll Am meisten bewundere ich die Einfachheit, Klarheit, Genauigkeit seiner Sprache Er macht keine Sprüche und er versucht niemals zu bluffen Karl Zuckmeier, 1968 im Blick vor allem auf das irische Tagebuch It is a Nobelpreis Novel if ever is a way on Michael Radcliffe über Gruppenbild mit Dame Heinrich Böll, der Schriftsteller, der in seinem Werk lediglich seine Zeit darstellen wollte und damit für alle Zeiten schrieb Wird nicht in Vergessenheit geraten Siegfried Lenz, 1985 Der Böll war als Typ wirklich klasse Da stimmten Gesinnung und Kasse Es ist wie bei Balzach über den Böll sagt Groß ist bei ihm auch Was teilweise Misslungen erscheinen mag und wie Balzach wird man ihn auch in Zukunft lesen als Spiegel einer verschwundenen Welt Norbert Niemann Im Essay Bölls Vermächtnis Geliebt, ja, im Ausland verehrt gab er vielen Lesern und Zuhörern Orientierung und einen Begriff von Freiheit Der sich nicht auf die Marktwirtschaft beschränkte Vielleicht war er deshalb einer Meute von Politikern und deren Klakuren verhasst Bis zu seinem Todestag am 16. Juli 1985 Günter Grass im Essay als Heinrich Böll beerdigt wurde Auch Böll hat das Schicksal erlitten, das fast allen Autoren zuteil wird Nach dem Tod, das klingt jetzt zynisch, gehen die Auflagen kurz nach oben, weil eine allgemeine Ergriffenheit herrscht Aber diese Ergriffenheit hält nicht lange vor So war es auch bei Böll Er ist weitgehend vergessen und ich habe auch eine Vermutung, woran das liegt Er hatte eine Nase für Themen, die den Deutschen auf den Fingern brannten Aber nun ist Böll 25 Jahre tot, heute sind ganz andere Themen aktuell Also wird der Abstand zu seinen Büchern und zu ihm unaufhaltsam immer größer Bölls Themen konnten provozieren, ihre literarische Gestaltung war erbieder Heute können die Romane Bölls vor allem als Dokumente gelesen werden Da der Autor wohl immer mehr Gewicht auf die soziale und gesellschaftliche Seite von Literatur legte als auf ästhetische Aspekte Siehe auch! Ihr Neuen Was macht ihr denn jetzt? Schriftsteller erinnern sich an Heinrich Bölls Leben und Werk Sieben Beiträge anlässlich des 30. Todestages von H.B.U.A.R. Von Jürgen Becker, Brigitte Kronauer und Dieter Wellershoff Heinrich-Böll-Stiftung und Preis 1997 wurde die Heinrich-Böll-Stiftung e.V. als Nachfolgerin des Stiftungsverband Regenbogen offiziell gegründet Der Stiftungsverband war in den 1980er Jahren aus den Stiftungen Bundstift, Frauenanstiftung und Heinrich-Böll-Stiftung hervorgegangen Die Aufgaben der ersten Böll-Stiftung in Köln bestand einerseits in der Förderung von Bildungs- und Forschungsprojekten Die im Sinne und Geiste des Namensgebers sind, wobei die Themen Migration, Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit und Umwelt im Zentrum stehen Andererseits wirkte die Stiftung bei der Sammlung, Edition und Veröffentlichung von Werken Bölls mit Seit dem Zusammenschluss der Teilverbände des Stiftungsverband Regenbogen unter dem Dach der erneuerten Heinrich-Böll-Stiftung ist der Verein die nahestehende Stiftung der Partei Bündnis 90 Die Grünen Außerdem wird seit 1985 der Heinrich-Böll-Preis verliehen Er wird von der Stadt Köln gestiftet und ist mit 20.000 Euro dotiert Der Preis wird für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der deutschsprachigen Literatur verliehen auch an wenig bekannte Autoren Ein Gemeinschaftsprojekt der Heinrich-Böll-Stiftung, des Verlages Kiepenheuer und Witsch Der Erbengemeinschaft Heinrich-Böll und des Heinrich-Böll-Archivs der Stadtbibliothek Köln trägt den Namen Kölner Ausgabe der Werke Heinrich-Böll Im Zuge dieses Vorhabens wurden alle veröffentlichten und einige unveröffentlichte Texte neu herausgegeben und kommentiert Einzelbände dieser Ausgabe erscheinen seit dem Jahr 2002 und wurden mit dem Erscheinen des 25. bis 27. Bandes im November 2010 abgeschlossen Eine von Heinz-Ludwig-Arnold verfasste kritische Würdigung der Ausgabe erschien am 4. April 2011 unter der Überschrift Kraut und Rüben Nach Saatdaten sortiert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Der Nachlass von Heinrich-Böll wurde im Kölner Stadtarchiv aufbewahrt und bei dessen Einsturz größtenteils stark beschädigt oder vernichtet 発ätigt Zuhause